Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bin zumindest für die nächsten 20 Minuten Dein Gesundheits-, Mental- und Life-Coach. In diesem Podcast stecken ganz, ganz viele wertvolle Impulse, Werkzeuge und Tipps für Dich, die Dir helfen, dass Dein Leben noch viel, viel schöner und vor allen Dingen auch erfüllter wird. Heute möchte ich mit Dir über den Spiegel des Lebens sprechen und wahrscheinlich hast Du heute Morgen oder heute Mittag oder vielleicht auch heute Abend, je nachdem wann Du diesen Podcast hörst, auch schon mal in den Spiegel geschaut. Und was siehst Du denn da im Spiegel? Dich selbst. Aber ist das objektiv? Was denkst Du? Ist das objektiv, was Du da in diesem Spiegel wahrnimmst? Nein. Denn Du siehst immer nur das, was Du in diesem Moment sehen willst. Denn es gibt keine objektive Welt. Und das Spiegelbild, was Du quasi siehst, ist einfach nur eine Reflexion von dem, was Du gerade in Deiner Welt und sinnbildlich jetzt in diesem Spiegel quasi von Dir wahrnimmst. Und jetzt stell Dir einfach mal vor, Du stehst vor diesem Spiegel und Du entdeckst jetzt einen Fleck und zwar in Deinem Gesicht. Würdest Du auf die Idee kommen, ein Tuch zu nehmen, vielleicht noch Essig oder Spiritus drauf zu machen und dann wie verrückt im Spiegel beziehungsweise auf dem Spiegel rum zu kratzen in der Hoffnung, dass dieser Fleck weggeht? Nein, das würdest Du nicht machen. Du würdest in Deinem Gesicht nachschauen und würdest es probieren, in Deinem Gesicht wegzumachen, weil Du genau weißt, dass die Ursache für diesen Fleck nicht im Spiegel liegt, sondern in Deinem Gesicht. Aber genau das machen ganz viele Menschen jeden Tag. Und ich gehöre da auch ab und zu noch mit dazu, wenn wir unser Leid quasi erkennen, wenn wir diese Disbalance in unserem Leben erkennen, die Dinge, die sich im Außen spiegeln und machen andere dafür verantwortlich, dass es uns nicht gut geht. Und als ich das erkannt habe, dass es keine objektive Welt gibt, sondern nur eine subjektive Welt und dass das Leben immer, wirklich immer Ja sagt und dass das Leben nichts anderes ist als ein Spiegelbild von Deinen Energien, die Du in eine elektromagnetische Resonanz bringst, nach außen ausstrahlst, hat sich in meinem Leben alles, wirklich alles verändert. Und als ich zum ersten Mal von ganz weisen Menschen gehört habe, und es steht im Übrigen auch in den ganz großen Schriften drin, also in der Bibel, in der Bargat Vita, im Sanskrit und so weiter, dass die Schwierigkeiten immer nur dann entstehen, wenn Du mit einer gegenwärtigen Situation nicht zufrieden bist. Und lass Dir das mal auf der Zunge zergehen. Schwierigkeiten entstehen, weil Du mit der gegenwärtigen Situation nicht zufrieden bist. Dann dürften eigentlich die Schwierigkeiten gehen, wenn Du mit der gegenwärtigen Situation zufrieden bist, oder? Und genau hier darfst Du auch mal drüber nachdenken, denn wir alle haben diese gigantischen Widerstände in uns, weil wir uns dann glauben, in einem besseren Licht zu sehen, wenn wir den perfekten Job haben. Wir glauben, wenn wir die perfekte Figur haben, dann sind wir liebenswerter. Und wir glauben, erst dann vor uns selbst bestehen zu können, wenn wir bestimmte Dinge erreicht haben. Das heißt, Du bist mit der gegenwärtigen Situation so im Widerstand, dass so ein Kroll entsteht, dass dann eben genau dieses Gefühl, naja, entsteht, wie ich es eben schon gesagt habe, wo Dein Widerstand quasi am aller, aller, allergrößten ist. Das heißt jetzt nicht, dass Du einfach alles akzeptierst, sondern es heißt, Du darfst Dir wieder bewusst machen, mit was und mit welcher Situation in Deinem Leben gehst Du denn brutal in den Widerstand? Wo nimmst Du einfach Dinge nicht an und wo bist Du im Kampf und wo sind momentan in Deinem Leben ja diese Dinge, die Du im Lebensspiegel quasi wahrnimmst, die Du gerne verändern möchtest? Und der erste Schritt ist immer, dass Du Dir das anschaust, ohne zu bewerten. Ich weiß, wie schwer das ist. Es ist so unfassbar schwer. Und weißt Du, Du als Seelchen hast Dir dieses Leben ja auch ausgesucht. In meiner Welt gibt es doch keine Zufälle und Du bist am richtigen Ort, im richtigen Körper, zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen. Und auch die Liebsten in Deinem Leben, die Dir vielleicht am meisten Schmerz zugefügt haben und es vielleicht immer noch tun, sind wahrscheinlich gerade jetzt auch Deine größten Lehrmeister. Und diese Menschen in Deinem Umfeld, die ja vielleicht auch Dinge in die Reflexion bringen, die Du so gerne im Außen anders haben möchtest, die werden sich dann verändern, wenn Du sinnbildlich diesen Ball wie beim Tennis nicht mehr zurückspielst. Aber da gehe ich gleich drauf ein. Das heißt, der erste Schritt besteht darin, dass Dir bewusst wird, dass Du nur das siehst in diesem Bild des Lebens, in diesem Spiegelbild des Lebens, was Du quasi ausstrahlst. Das heißt, es ist die Reflexion dessen, was Du ausstrahlst. Und ich möchte Dir dazu wieder eine Geschichte von mir erzählen. Vor vielen, vielen Jahren, also es ist wirklich schon ganz, ganz lange her, über 20 Jahre, das war so die schwierigste Zeit in meinem Leben. Ich war todunglücklich, ich hatte überhaupt gar kein Geld. Ich war permanent krank, 6, 7, 8, 9 Mal im Jahr, alle möglichen Geschichten, Magen-Darm-Probleme, Blasenentzündung, halt dieses ganze Gedöns, sag ich jetzt mal. Ich war todunglücklich in meiner damaligen Beziehung und wollte die aber auch unbedingt nicht loslassen, weil ich geglaubt habe, dass das der Prinz fürs Leben ist, was natürlich Gott sei Dank nicht der Fall war, weil den Prinzen fürs Leben habe ich erst dann viel später gefunden. Aber ich war einfach total unglücklich in meinem Leben, war so ein bisschen der Tiefpunkt in meinem Leben. Und zu allem Übel damals, ohne Geld, unglücklich, total innerlich zerrissen, voll mit Ängsten, habe ich dann auch noch einen Unfall gebaut mit dem Auto von meinem damaligen Ex-Freund. Problem war nur, dass dieses Auto eben nur Teilkasko versichert war. Und derjenige, der mich auf der Autobahn geschnitten hat, hat Fahrerflucht begangen. Vielleicht kannst du jetzt eins und eins zusammenzählen, was damals auf mich zugekommen ist, nämlich ein Totalschaden mit Teilkasko versichert, bedeutete damals für mich, dass ich über 10.000 D-Mark zu zahlen hatte. Denn mein damaliger Ex-Freund hat damals natürlich, wir waren nicht mehr in der perfekten Beziehung, muss man wirklich sagen, natürlich auch zu Recht auch das Geld von mir verlangt, weil er das eben selbst auch gebraucht hat. Ich meine, da kann man sich drüber streiten, in was für einer Höhe, aber heute sehe ich das relativ entspannt. Aber ich erzähle dir diese Geschichte, weil damals alles in meinem Leben zusammenkam, alles, wirklich alles. Und dann hatte ich auch noch mehr Schulden als die Schulden, die ich ohnehin schon hatte. Ich kann mich so gut erinnern damals, ich habe nur geweint, ich war total am Ende. Und ich habe auf alles und jeden geschimpft, denn wem habe ich denn die Schuld gegeben für die Fahrerflucht? Wem habe ich die Schuld gegeben dafür, dass ich jetzt noch 10.000 D-Mark mehr Schulden hatte? Ich habe die Schuld im Außen gesucht. Und kennst du das, dieses Leid, wenn das so gigantisch groß wird? Wenn alles irgendwie zusammenfällt, wo du das Gefühl hast, oh Mann, jetzt kann es irgendwie nicht noch schlimmer kommen? Ich kenne das auch und deswegen erzähle ich dir genau diese Geschichte. Und ich könnte dir jetzt noch 100 Geschichten dazu erzählen, damit du dieses Gefühl bekommst, dass du nicht alleine bist. Egal, was gerade in deinem Leben da ist, was das Leben dir gerade spiegelt. Aber ich kann dir garantieren, ich habe damals erkannt, intuitiv, und das ist der Impuls, den ich dir auch gerne mit auf den Weg geben möchte, dass die eigentliche Veränderung nur in mir selbst stattfinden kann. Und ich habe damals zum Beispiel mich nicht getraut, von diesem Freund bzw. diesem Ex-Freund zu trennen, obwohl ich das gespürt habe, dass diese Beziehung toxisch ist und dass sie keinen Sinn mehr hat, sowohl für ihn wie auch für mich, ja, für uns beide. Trotzdem glaubte ich in meinem Hirn, oh Gott, und vielleicht kennst du das auch, ich werde nie immer wieder so einen Mann finden. Das kannst du dir jetzt übersetzen auf ganz viele andere Punkte. Die Beziehung ist Gott sei Dank für ihn und für mich in die Brüche gegangen, das war auch gut so, weil danach kam ja erst mal eine ganz große Liebe, Marco, mit dem ich auch heute verheiratet bin, und damals hätte ich das nie für möglich gehalten. Aber damit du in die Veränderung kommst, damit du etwas veränderst bei dir, dass es sich im Außen spiegelt, dass der Spiegel des Lebens etwas anderes projiziert, musst du den Kompass die Weichen neu stellen. Und das ist superschwer, ich weiß das, aber du und ich, wir haben diese gigantische Chance. Du musst also nicht warten, bis irgendein Heilsbringer von außen kommt, du musst nicht warten, bis irgendwann mal von außen jemand sagt, oh, ich liefere dir das jetzt alles auf dem Silbertablett, sondern du kannst das selbst verändern. Und ich will dir mal dieses Beispiel geben, was so viele Menschen sich wünschen. Viele Menschen wünschen sich nach, ja, nach Liebe, die wünschen sich diese Liebe, verständlich. Die wünschen sich Anerkennung, die wünschen sich, dass sie gemocht werden und, ja, ich sag jetzt mal, von den Freunden, von den Personen, die sie lieben, eben auch getragen zu werden. Und gerade da kannst du trainieren und üben. Denn wenn du dir mehr Liebe wünschst, dann gebe mehr Liebe. Fang immer erst an, dieses Saatenkorn selbst in die Erde zu stecken und es mit deiner Energie zu düngen und dann wirst du eben auch die Früchte tragen. Wenn du mehr Erfolg haben möchtest, musst du den Erfolg erst in dir fühlen und ihn in dir aufbauen und dir erlauben, erfolgreich zu sein, bevor sich Erfolg im Außen wirklich manifestieren kann. Als ich das kapiert habe und meine größten Widerstände eben auch losgelassen habe, habe gesagt, okay, wenn dieser Erfolg im Außen wirklich lang anhaltend bestehen bleiben soll, dann muss ich mir erst mal gönnen, wirklich, ja, diesen Erfolg in mein Leben zu ziehen. Und weißt du, wie viele Menschen ich schon kennengelernt habe in meinen Seminaren, in meinen Einzelcoachings, in meinen Vorträgen, die gesagt haben, ich habe das nicht verdient, erfolgreich zu sein? Und wenn du dich jetzt fragst, wie kriegst du dieses System geswitcht, wie kannst du das schaffen, das zu verändern, dann ist der erste Schritt immer annehmen, tief durchatmen und wirklich gezielt in dieses Gefühl, in dieses Programm hineinzugehen und zu sagen, okay, woher kenne ich das? An wen oder was erinnert mich das? Und da liegt nämlich, ich sage jetzt mal, das Problem begraben. Sowas löse ich in meinen Seminaren mit meinen Teilnehmern auf. Sowas mache ich, indem ich bei diesen ganz tiefen Energieübungen und Meditationen im Vorfeld eingeleitet durch heftigste Atemtechniken, damit das Ego seinen Mund hält. Sowas löse ich in meinen Seminaren auf. Und dann merkst du eben auch, dass dieses, ich gönne mir das nicht oder ich kann nicht den nächsten Schritt gehen oder ich bin nicht mutig genug, nur ein verrückter Glaubenssatz mit einem dazugehörigen Programm ist, was du irgendwann mal in deinem Leben aufgebaut hast. Es gibt so viele Menschen, die wünschen sich mehr Freiheit, die wünschen sich das tun zu können, wo sie wirklich Lust zu haben. Aber dann musst du erst mal den Mut in dir selbst aufbauen und den Mut in die Resonanz bringen, bevor sich diese Freiheit in dieser materiellen Welt auch wirklich manifestieren kann. Und gerade Frauen, die schauen in den Spiegel und das Erste, was die in dem Spiegel sehen, sind ihre Fehler. Ja, ich gehöre auch dazu. Da guckst du in den Spiegel und denkst dir so, oh nee, wieder eine Falte mehr. Oh nee, wieder irgendein Shit-Pigment-Fleck oder weiß der Kuckuck was. Und was machst du? Du fokussierst dich da drauf. Und dann wirst du irgendwann nur noch diese Dinge sehen. Und es liegt an dir, an mir, an jedem Menschen da draußen, dich nicht mehr auf die Fehler zu fokussieren, die ja für andere überhaupt gar keine Fehler sind und oft ganz viele Dinge gar nicht sehen, die du in diesem Moment siehst, sondern es liegt an dir, an mir, an jedem Mensch, dich wieder auf das zu fokussieren, was du in dein Leben ziehen möchtest. Und der Schlüssel besteht immer darin, dass die kleinen Dinge, und klein bedeutet bei dir anzufangen, sich im Großen, nämlich auf der Leinwand des Lebens, erst dann zeigen, wenn du bei dir angefangen hast, diese Veränderung in die Umsetzung zu bringen. Ich habe ja schon mehrere Podcasts über das Thema Quantenphysik gemacht. Aber weißt du, wenn du immer noch glaubst, dass du so eine materielle, naja, ich sag jetzt mal Ebene bist, die durch Zufall auf diesem Planeten bist, dann beschäftige dich mal mit der Quantenphysik. Du bist nämlich nichts anderes als Frequenz, Energie und Schwingung. Und nur weil du diese Energiefrequenz und Schwingung in der materiellen Welt, also in dem Fall mit deinem Körper, in dieser 3D-Welt jetzt als manifestierten Körper sehen kannst, kannst du in der tiefen Ebene, wenn man dich zerlegen würde in der kleinsten Einheit, nur noch Frequenz wahrnehmen. Und jeder Gedanke ist Frequenz, jeder Mensch ist Frequenz, jedes Tier ist Frequenz, jeder Stein, jede Glaskaraffe, alles das ist nichts anderes als Energie, Frequenz und Schwingung. Und wenn du dir den Rahmen schaffst und du fängst an, die jeden Tag ganz gezielt, Übungen aufzubauen, wo du deine Frequenz, deine Energie ganz gezielt veränderst, damit du zu dieser Version werden kannst, die sich im Außen manifestiert, das, was du dir so sehr wünschst, musst du sogar, und ich sage das nochmal, dann musst du sogar deine Routinen täglich verändern. Und es gibt ein paar Menschen da draußen, die kenne ich auch sogar ganz viele, die kriegen schon Schnappatmung, wenn sie dieses Wort Disziplin hören. Wenn Disziplin etwas wäre, was uns Menschen nicht als Geschenk zur Verfügung stehen würde, dann hätten wir es nicht. Ganz einfach. Und Disziplin hilft dir, das Üben beim Zähneputzen, als du noch ganz klein warst. Und das hilft dir auch beim Üben vom Laufen, nämlich auch motorisch eine ziemliche Herausforderung. Das hilft dir beim Üben vom Autofahren, um deinen Führerschein zu machen und dass du irgendwann mal eine Ausbildung machen kannst. Dafür brauchst du Disziplin. Und die Disziplin aufzubauen, dran zu bleiben, deine Energie umzuswitchen, schwieriges Wort, ja, durch den Rahmen, den du denn schaffst, die Fixpunkte, die du dir schaffst. Das ist so enorm wichtig. Und so habe ich es auch geschafft. Und das Schöne ist, wenn du eine Zeit lang dranbleibst und fängst dann aber morgens an mit Meditation. Du beginnst mit mentalem Training. Du löst deine Glaubenssätze auf. Du fängst an, deine Programmierungen Schritt für Schritt für Schritt zu verändern. Du suchst dir neue Lebensbuddies, die du wie Magneten in dein Leben ziehst. Dann auf einmal kommt dieser Moment, wo auf einmal genau das sich im Spiegel des Lebens zeigt, was du dir so sehr gewünscht hast. Und das Wichtigste dabei ist, dass du einen Schritt nach dem anderen gehst. Es gibt Menschen, die sagen, das größte Drama ist es, Fehler zu machen. Das größte Drama ist es, hinzufallen. Nein. Der größte Erfolg besteht nicht darin, keine Fehler zu machen oder hinzufallen. Im Gegenteil, sondern immer wieder aufzustehen, dich neu auszurichten und zum Leben Ja zu sagen. Und genau das hast du dir ausgesucht. Und ich möchte dich so sehr motivieren, dass du erkennst, egal in was für einer Situation du momentan steckst, diese Situation ist für dich da und auch in dieser Massivität da, damit du den nächsten Schritt gehen kannst. Und wenn zum Beispiel ein Schnupfen nicht ausreicht für deine Veränderung, dann kann es sein, dass die Massivität der Erkrankung, die du vielleicht gerade hast oder der Disbalance etwas größer ist, weil du das brauchst, um wach zu werden, um überhaupt in die Umsetzung, in die Veränderung gehen zu können. Ich habe so viel Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt, dass ich weiß, dass das Umfeld, also das Feld, in dem du dich befindest, mit all den ganzen Gewohnheiten, mit der Energie, die du aufgebaut hast, einer der größten Probleme darstellt, die es überhaupt gibt. Und ich weiß, dass du dieses Umfeld Stück für Stück verändern kannst, wenn du die Buddies hast an deiner Seite, die dich eben auch mittragen. Ich habe die neuen Seminartermine für 2022 jetzt auf meiner Homepage platziert. Und ich garantiere dir, und das lese dir bei den Google-Rezensionen einfach mal durch, dass du, wenn du zu mir in das Seminar kommst, ich dir helfen kann, nicht nur diese Glaubenssätze zu verändern, sondern eben auch deine tiefen inneren Programmierung. Ich verspreche dir, du wirst Buddies kennenlernen, die dich mittragen und du wirst Menschen an deiner Seite haben, wo du genau das Gefühl hast, wow, der Unternehmer, der tausende von Mitarbeitern führt, hat das gleiche Thema wie du. Der oder die sieht nur einfach anders aus. Und ich möchte dich so, so sehr einladen, dass du diesen Weg gehst. Ob mit mir oder mit jemand anders, ist egal, aber wenn ich dir dabei helfen darf, würde ich mich freuen. Du findest hier in den Shownotes, ja, findest du meine, ja, den Link von meinen neuen Seminarterminen. Du hast die Möglichkeit, an die office-at gesund-mit-plan.de zu schreiben. Schreib einfach dorthin, dass du Lust und Interesse hast an so einem tollen Seminar und ich verspreche dir, du bekommst einen schönen Nachlass auf diese Seminare und damit du maximalen Erfolg hast, werde ich für 2022 pro Seminar nur noch 20 Teilnehmer zulassen. Wenn du dazu gehören willst, zu dieser gigantischen Community, die jeden Tag immer mehr wächst und vor allen Dingen immer mehr Herzensmenschen in die Verantwortung gehen, dann schreibe an die office-at gesund-mit-plan.de und ich freue mich riesig, dich kennenzulernen. Und denke daran, das Leben ist wunderbar. Das Leben darf schön sein und dieses Leben ist ein Spiegel von dir und du hast es verdient, frei, glücklich, selbstbestimmt zu werden. Und vielleicht denkst du an diese Geschichte von mir. Damals muss mir so schlecht gehen mit dem Unfall. Das war damals gut für mich, weil danach habe ich vieles in meinem Leben verändert. Und ich musste erst wirklich an dem Tiefpunkt angekommen sein, bevor ich angefangen habe, wirklich ganz viele Weichen neu zu stellen. Und das, was ich geschafft habe, das schaffst du auch. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, genieße ihn von ganzem Herzen. Nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin. Das Allerbeste für dich, deine Kerstin. Das Allerbeste für dich, denn das Allerbeste für dich, deine Kerstin. Vielen Dank.